Ja, dieses Spiel ist einfach ein Traum. Das Spiel ist vorbei hier. 90. Minute gegen das Team der Woche. 2 zu 2. Und das Spiel fortsetzen. Passiert nichts. Gehen wir ganz raus. Passiert nichts. So, das Spiel fortsetzen. Und das ist jetzt schon seit einer Viertelstunde. Ich habe gedacht, vielleicht beruhigt es sicher noch. Aber anscheinend will der Schiri den Ball nicht holen. Und die haben noch Bock. So wie es aussieht. Gut, ja, wollte ich nur kurz einmal zeigen, dass FIFA 15 überhaupt nicht verbuggt ist und ein komplett tolles Spiel ist.